Willkommen zu Runde 1 von Montagsmaler mit Mike, der sehr müde ist, hier als Batista, ich dachte gerade Batista Labomb, und Morcle Marcel, oh Gott, da mag schon irgendwas, äh, nein, ein, Pfff, waaaaaas? Äh, ähm, aber was? Ja, das Rechte habe ich, glaube ich, aber... Äh, äh, nein, ja, Mann, das ist BKT! Äh, 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 was, I? Doppel-N. Ja, ihr habt's raus, echt schlimm. Ja, aber, ach, ach, oh Mann. Das, das Pfannekuchen hat mich vorgekriegt. Das ist gerade irgendwie voll nicht. Pfannekuchen, ja. Ähm, das nimmst du. Oh, ja, okay, einfach nur, weil's total dumm ist. Ähm, Kanister, Tankstelle, wer kommt auf sowas? Ich weiß es nicht, weil du gesagt hast, das ist vollkommener Schwachsinn. Oh Gott. Schön, du bist... Ha, 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 ha. Ah, du bist auch auf ein Schwenknis gekommen. Ich kann nicht lachen und schreiben gleichzeitig. Oh Mann. Oh Mann. Das glitt... Ja, das glitt... Oh Gott. Du bist ein Schwenk. Äh, äh, äh. Oh, äh. Ja. Hm. das passt gar nicht ich kann echt schlecht zeichnet ich kann gerade schlecht denken wie hast du das erraten? du kannst sehr gut zeichnen I don't get it ach ach oh du meinst da will ich nie überlegen drauf oh die liefen vorhin glaub ich oh gott was naja ich hab sowieso rumgesappt ach wie kommt man da rum? ich weiß was ist gelb und zackig dachte ich äh äh der kerzenmann? ist das ein O oder ein A? ah an besser Adolf Hitler finde ich gut hä? soll das ein Arm sein? oder hat der ein Pinsel? an und das ist ja ne ja warte ach warte noch äh 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 ich find das voll gut äh an an am ab an 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 da kommt doch keiner drauf äh das war übelst deutlich oh gott ich hab das ich hab das einfachste das langweiligste und das oh was hat er jetzt genommen? nein verstehtste ach da ok äh ja damit bin ich zufrieden äh ähm ähm Das ist schwierig, aber Das andere wäre Pyramide gewesen, was ich hätte zeigen können, das ist superöde Ja, ich hätte drei Striche gemacht, fertig Und er wieder sowas, richtig Warum ist dieser Fülltopf immer noch bei mir? Alter, guck dir das Wort oben an, ey Ich hab's gesehen Uhhh Ach! Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich dachte bloß, oh, du machst so ein Längenbegrenzungsding und dann... Ah, okay... Ehh... Zwiebelmann! Der gute Zwiebelmann! Aber wie, 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 wie... Ähh... Oh, ist er dabei genannt? Oh Gott! Ähh... Ach Gott! Oh ja, ich weiß es! Das... VR... Aber... Aber... Oh, ich wollte es gerade schreiben! Virtual Reality! Jaaach! So, okay! Ich wollte diesmal nichts mit Flossen und so'n Scheiß machen, richtig zeichnen und dachte so... Shit! Ich hab' nicht erkannt, dass es Virtual Reality sein soll! Oh Gott! Ich hab' nur... Okay! Das... Das mach' ich aus Ehrech! Ich hab' nur einen Minions sein! Ich hab' nur so'n Ernst! Das... Das war auch nicht easy! What the... Oh! Bisschen Spam hilft immer! Das ist so mein grober Entwurf! Als Tischler muss ich auch mal so'n Schrank zeichnen können! So sehen die übrigens aus, wenn ich die baue! Echt? Ey, das sind... Das wär' voll geil! Stell dir vor, du kannst so dein Holz verarbeiten! Motherfuck! Kann ich! Man kann das immer pressen und et cetera! Ja, stimmt! Aber der würde nicht gerade stehen! Äh... I don't get it, dude! What the fuck?! I don't get it! Okay, wie zum täuschen soll ich mürrisch malen? Mürrisch, da kommt keils auf! Chilter boss! Fuck! Ich hab grad erst angefangen, ey! Ich hab grad erst angefangen, ey! Ich hab grad erst angefangen, ey... Die Schreie So 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 Fuck! Man hofft die ganze Zeit, dass er das Wort nicht kriegt, ey! Whii! Äääh Ähm Das ist doch auch so ein bisschen wie so im Vulkan Ich wollte erst unten noch so Stapeln hinmachen. Es wird wieder schwer. Was kann man das so sagen? Okay, ich bin recht beeindruckt von meiner Zeichenkunst. Wie kann ich euch noch helfen? What the fuck? Ich komme nicht auf. Ah, das Gesicht, das hilft uns. Es war ein Reisender übrigens. Ja, ja. Mal das Gesicht, das hilft uns. Nicht irgendwie. Gesicht wäre so geil. Oh, es ist Gesicht. Bäh. Ninja, blind. Äh. Äh. Yeah. Fuck. Das erste Wort, was ich schnell war dabei. What the fuck? Wie soll ich das malen? Genitalherpes. Lass mich überraschen, dass der jetzt automatisch... Zuchthaus. Was zur Hölle. Fällt mir. Ach, verdammt. Ah, ich war schnell. Was ist das? Was ist das? Das macht ja so scheiße, weil entweder kann ich nur saueinfach oder sauschwer. Mein anderes Wort war Labyrinth oder Zital. Oh, hier ist ich! Ich habe noch nichts gezeichnet! Guck. Da. Wie du jetzt noch extra langsam machst. I don't get it, man. Die Zeit geht zu schnell rum! Oh, Mann! Ich... Oh, Mann! Die Zeit geht natürlich schnell vorbei, wenn Morgle das schon erraten hat und du noch nicht. Fuck. Jetzt habe ich sie ein bisschen versaut. Schade. Dieses Feuer... Ich habe es noch erraten. Hattest du noch den Baum? Ja, du hattest den Baum. Ja! Nice, Alter. Richtig gut gemacht. Hättest du nicht Portal machen können? Oder Lila zu Liebe... Liebe zu Lila Blase nehmen können? Lila zu Lila? Was zum... Liebe zu Lila Blase. Was zum Fick, Alter? Okay, ich mache jetzt einfach so scheiße. Oh, der hat nicht aufgehört zu malen. Was ist das denn? Ist das Flavor Flav? Mit einer Riesenuhr? Oh, du bist schneller als ich! Ja! Fuck! Jawohl, Kapital! Man schreibt das doch... Kap... Äh, äh, äh... Ja! Scheiße! Ach, scheiße! Ach, ich habe nur die... Oh, nein! Ich habe nur die... Buchstaben. Amerika mit K geschrieben und schnitze. Ja, aber... Ach, Gott. Deutsch, auf Englisch. Aufgeholt. Äh... Namen werden ja nicht übersetzt. Ich... Ich... Ab drei Schrott... Äh... Schrottwörter... Möbelstudio. Was? Hast du irgendeinen Namensgenerator oder sowas? Ähm... 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 Keine... Mir war das gleiche, Beide enttäuscht. Ja, es ist wichtig, dass es fünf sind. Oh, die Farbe. Hä? Nice, Alter. Danke. Ich dachte mir erst so... Fuck! What the fuck is going on here? Das ist ja echt langer. Guck auf die Farbe in der Hand, Alter. Heining! Ich komme auch nur auf... Nein, das ist auf die falsche Spur gegangen. Naja, Hände waschen, klar. Aber das ist... Ich habe sie nur... Unsinnswörter. Ach, wie vor ist das für länger? Neun Buchstaben und Schreibt Dose. Ja, ja, ich... Ähm... Ist das ein... Ist das ein... Fuck. Boah, wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Ach so. Hahaha. Ich dachte, das hat einen speziellen Namen. Hahaha. Das hilft. Ja, dann. Ich erkenne einfach... Das Ganze... Das ist ne Tür, Mann. Ach Gott! Türklinke! Ich hatte Türklinke! Hast du aber echt keine Tür gesehen? Ne. Keine Tür. Das ist keine Tür für mich. Was auch immer das für komische Scharniere sein soll. In jedem Leben. Das ist ein bisschen was ich. Das ist eine gute Frage. Wann ist das... Ich kann das aber jetzt nicht gut unterscheiden. Botox! Oh Mann! Meteor war nah dran. Wann ist ein Komet ein Komet und wann ein... Weiß ich nicht. Wenn er in der Atmosphäre ist oder so, aber egal. Ich wollte noch Osteogoid schreiben und dann hab ich das Wort gesehen und hab mir so, passt nicht. Passt nicht. Was zum... Gut gezeichnet, gut gezeichnet. Danke. Was zum... Das ist alles. Hier, ein Daumen hoch erstmal. Ups. Quats. 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 Warum zeichnen wir jetzt? Achso. Weil ich auf dem Radiogummi bin. Lamm. Nein! Connection lost! Hä? Hä? Also... Was? Was war's denn? Kam. Kam. Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß nicht. Hat jetzt... Habe ich jetzt gewonnen? Oder... Ich weiß nicht, wie die Punkte am Ende verteilt waren. Ich glaube, wir waren nur irgendwie 50 oder 100 Punkte. Ja, wir waren nur knapp auseinander. Ich war letzter. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht nehmen wir jetzt noch eine auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Ciao! Bye! Bye!